Das habe ich beim Tauchen gefunden. Aber du wirst nicht glauben, was noch passiert ist. Denn da war ein Tier, das ich noch nie gesehen habe. Eigentlich wollte ich einfach nur tauchen, aber dann war da diese Angelschnur. Deswegen habe ich sie aufgehoben. Kabelbünder lagen auch noch rum, also habe ich beschlossen, nach Meermüll zu suchen. Aber ein Feuerfisch war auf Kuschelkurs und hat mich einfach nicht in Ruhe gelassen. Deswegen bin ich weiter geschwommen. Und dann war da die größte Muräne, die ich je gesehen habe. Oh no, nicht schon wieder einer. Dann habe ich ein Tier gefunden, das ich vorher noch nie gesehen habe. Eine weiße Muräne. So klein und süß. Aber plötzlich fiel mein Blick auf etwas anderes. Neben einer Koralle lag ein Metallring. Für was der wohl gut ist? An diesem Riff waren außerdem noch jede Menge sterbende Korallen. Das war wirklich traurig anzusehen. Deswegen habe ich nach Müll gesucht.